Hallo, wir wollten euch heute gerne mal über die neue Zahnbürste berichten, die wir jetzt schon seit einiger Zeit hier im Salon haben und wir haben auch schon Ergebnisse vorzuweisen. Hier ist ja der schöne Pepper, der Hund von der Frau Honneth. Das ist unser Testimonial und zwar folgendes, ich komme mal ein bisschen näher ran. Der Pepper ist zehn Jahre alt und er hatte weißen Zahnstein, kann man hier auf den Bildern ganz gut erkennen. Nach 15 Anwendungen mit dieser Zahnbürste war er zahnsteinfrei. Die Daten hier auf den Bildern sind lediglich die Tage, wo das fotografiert worden ist. So, und das Tolle bei der ganzen Sache ist ja, schaut mal, ich mache die Zahnbürste an, grünes an und die ist geräusch- und bewegungslos. So, jetzt können Sie es gerne mal zeigen, ja, bitte schön, an und ihr hört nichts. Das macht man so, zehn Sekunden hält man die Zahnbürste an jedem Zahn. Vorher kommt natürlich eine Zahnpasta rauf, die ist speziell auch für diese Zahnbürste ausgelegt. So, und dann geht man von Stück, dann geht man Stück für Stück zehn Sekunden an jedem Zahn dran. 15 Anwendungen hat Frau Honneth bei Pepper gebraucht und jetzt ist der Hund zahnsteinfrei und der hat tolle Zähne, der ist zehn Jahre alt. Der war dann auch auf einer Ausstellung und der hat einen super Richterbericht bekommen und ein ganz, ganz dickes Lob für die Zähne. Ja, ne? So, und ich denke, zum Zeigen reicht's. Jetzt machen sie es wieder aus, wenn wir auch alle nichts gehört. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr das unter www.cf-expert.de, dann unter der Rubrik Zahnhygiene. Da sind ganz viele Infos drauf und wenn ihr weitere Fragen habt, dann ruft einfach hier im Salon an und in der Zukunft kommen auch noch weitere Ergebnisse. Ihr dürft gespannt sein. Danke. Tschüss. Danke.